Was ist das, was ist das, was ist das? Du bist erledigt! Erledigt sie! Sie dürfen nicht stehen bleiben! Geht! Die Zeit! Geht! 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 Hebeg on! Geht! Feuer frei! Geht! Ist das gleich ein Problem? Wir sind vorbei. Schnappt ihr euch! Hä? Das hättest du lieber nicht tun sollen. Was machst du jetzt mit deiner Neugierde? Beide bis auf! Wir sind am Ende! Kampf! Den Tank komm ich nicht hoch! Es muss einen Weg geben! Ich seh keinen! Nehmen wir einen der Geländewagen! Gute Idee! Herr Lady! Herr Lady! Herr Lady! Schnappt ihr nicht weg! Du Katz nicht gewinnt! Feuer! Feuer! Entsat, du hast! Lass mich! Ich bin der Helik. Du bist der Helik. Breaker, unser Wagen brennt. Hab ich uns ab. Mach ihn nieder. Sie sind wieder blockiert. Was hast du jetzt von deiner neuen Räder? Chloe, Achtung! Sie haben ein Geschütz. Halt den Kopf unten! Wir sind verbreitet. Die Feuer! Hier! Zwischen, ichning den Kopf. Oh, mein Gott! Okay, Vorschläge, wie wir auf den Laster kommen? Aus der Nähe können wir uns dranhängen. Machst du Witze? Kennst mich doch. Dann mal los. Nadine! Oh mein Gott! Ich lenke ihn ab! Das ist aus! Vielleicht nächstes Mal! Hör nicht auf! Oh shit! Hey, was du? Nicht plötzlich aus! Wow! Eige Scheiße! Waren wir das? Ja, waren wir. Okay, der Laster wird gleich verrecken. Wir müssen hier runter. Sofort! So. Wissen, blöde Idee war das. Deine. Stimmt. Komm schon. Der Kopf des Zuges ist direkt vor uns. Den Stoß dann gegen eine Bombe tauschen, sich einen Zug besorgen. Das hat das Haft monatelang geplant. Umso schöner, wenn wir ihm jetzt alles verderben. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich glaube, wir sind fast da. Rührt sich nicht. Ich helf dir. Das ist echt schwer. Los, ich halte. Okay, jetzt du. Danke. In echt ist die ja viel größer. Es hört sich zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir. Sie ist zu schwer. Kannst du sie entschärfen? Wenn ich's versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Kommst du? Tracer, hilfst du mal? Nochmal. Okay, geh durch. Okay. Das ist definitiv die Lok. Hier können wir vorbei. Na los. Nein. Nein, 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 nein. Was ist los? Wir haben sie zugeschweißt. Shit. Hey. Die Dachluke. Denk nicht nach, was du tust, sondern tu es einfach. Okay. Komm schon. Schaffst du es? Auch zugeschweißt. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz ohr. Ein Stellwerk. Was? Ein weichen Stellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay. Gut. Scheiße. Hier, wir verscheiden. Wir brauchen den Dach. Oh, scheiße. Mit ihm. Geh einfach. Du hast so meine Stimme. Entflucht nochmal. Ihr Jungs, könnt euch einfach nie in Ruhe lassen. Ich hab nicht viel Zeit. Ihr Jungs, könnt euch einfach nie in Ruhe lassen. Ich hab nicht viel Zeit. Ich hab nicht ver minutos, okay? Io pillar, mit ihm. Oder ich will, wie Was zum Teufel? Sam! Hey, Sam! Wohin geht's? Ach, du Scheiße! Hey, was geht's? Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln! Sam! Sam! Ähm, wo ist Nedin? Noch auf dem Zug! Wir müssen die Weiche stellen! Ach, Blutescheiße! Hör mir Zeit dafür! Hey, ihr Volltrottel! Könnt ihr uns mal eine Minute geben? Shit! Der Zug kommt näher! Das war's! Wir können! Okay, zurück zur Weiche! Los gehen! Los, 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 los! Das war's! Scheiße, Nedin! Ich muss zu ihr! Warte! Muss das sein? Ich mein, sie ist ein großes Mädchen! Sam! Okay, ich will... Shit! Shit! Fuck down! Los! Ich halte die Schlacht! Okay! Auf geht's! Deine Neugier! Okay, Hannah! Auf geht's! Okay! Da ist der Zug! Aber wie zur Hülle komme ich rauf! Ich sehe keine Brücken! Oder Kreuzungen! Ach, scheiße. Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, die Brücke. Shit. Shit. Oh Gott. Wo warst du so lange? Du musst beim Zug kriegen, Süße. Tja, ich hab mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschau.